Ein Riesenapplaus für Dimitri Csarkov und Olga Kulikova. Es war ein tolles Tag, ein tolles Nacht, alles war perfekt. Ich denke, heute haben wir es gefühlt. Wir waren sehr frei, mentalisch und es gab uns extra, ich würde nicht sagen, power, aber es gab uns ein spezielles Gefühl. Wir lieben uns mit uns, mit der Musik und der Zuschauer zu unseren Dänzen. Es war großartig. Es geht nicht darum, dass wir die Titel haben. Es geht darum, dass unser Gefühl im Dänzen. Ich denke, für uns, wir fühlen, wenn es genug ist. Wenn wir, dass wir wahrscheinlich nichts verbessern können, dass nichts besser ist. Aber in dem Moment, wir fühlen, dass wir viele Dinge verbessern können. In unseren Körper, in unseren Couple. Wir lieben das. Ich denke, es ist sehr schwierig, zu sagen, dass es genug für dich selbst, nach den Kampen wie dieser. Weil du willst, dass du das Gefühl hast. Und wenn du das Gefühl hast, dass du das Gefühl hast, 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 du das Gefühl hast. Du willst das Gefühl hast. Und wenn wir fühlen, dass wir schon nicht so viel Spaß haben, wenn du vielleicht nicht so glücklich bist, mit deinem Tanz, mit deinem Tanz, mit deinem Tanz, mit deinem Tanz, mit deinem Tanz. Vielleicht ist es Zeit, um zu stoppen. In diesem Moment, zum Beispiel, heute, ich fühlte, ich will noch mehr. Hatte feel dazu. ? 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 Danke, Sean. Danke. Vielen Dank. Danke.